Ja, ich bin der Rainer Weißbecker aus dem Team der Schäferwagenanlage hier in Nonnrot, in Hungen Nonnrot. Und das ist ganz klar mein Lieblingsort hier in Hessen. Es ist ein absolutes Erlebnis. Wir sind hier am südlichen Ortsrand von Nonnrot in einer Apfelbaumplantage drin. Das heißt, Sie schlafen in der Natur in einem Wagen aus Holz nachgebaut, den traditionellen Schäferwagen. Wenn Sie Lust haben, öffnen Sie ein Fenster. Sie können fast die Äpfel da rauspflücken und haben natürlich hier schöne Doppelbetten oder noch ein drittes Bett mit dabei. Ich kann Ihnen sagen, auch ich als Ortsbewohner habe hier schon geschlafen und die Schlafqualität ist 1A. 3A. 4A. 5a. 6